Also natürlich, wir haben zuerst mit den jungen Leuten diskutiert, aber mehr und mehr wurden wir gezwungen, auch mit den Erwachsenen zu diskutieren. Es war ja nicht so, dass nur die Jugend sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt hätte. Wir wussten ja sehr genau zu unterscheiden, was ist der italienische Faschismus, was ist der schwarze Faschismus in Österreich und was ist der braune Faschismus in Deutschland. Diese Unterschiede musste man schon kennen und berücksichtigen. Aber wir wurden dadurch auch in die Auseinandersetzungen hineingezwungen, weil es von Anfang an, das ist ein historischer Begriff, Saalschlachten gab. Die Nazi versuchten zum Beispiel die Veranstaltungen der Antifaschisten zu stürmen oder unmöglich zu machen und die Antifaschisten versuchten die Veranstaltungen der Nazis unmöglich zu machen. Und da gab es natürlich Keilereien. Und da ich recht kräftig war, bin ich gegen den Willen meiner Eltern natürlich mit 15 Jahren da hingegangen, wo antifaschistische Veranstaltungen waren. Und wenn die Nazi das gestürmt hatten oder versuchten zu stürmen, dann musste man sich natürlich zur Wehr setzen. Das haben wir getan. Und da gab es immer vorher wörtliche Auseinandersetzungen, bevor es zu Schlägereien kam. Aber das gehörte damals mit dazu. Und da gab es auch unterschiedliche Richtungen bei uns. Mein Vater gehörte zu der Richtung, die sagten, die Nazi kann man nicht mit den eigenen Waffen schlagen. Wir übernehmen nicht die Gewalt der Nazis. Wir setzen auf die Aufklärung. Und andere, unsere Metallarbeiter in den Betrieben, sagten, das erleben wir doch täglich. Die verstehen nur die Sprache der Gewalt. Unsere Argumente prallen ab wie auf einen Regenmantel die Regentropfen. Wir können uns nur mit Gewalt gegen die Nazi durchsetzen. In der sozialistischen Jugend haben wir beides gemacht. Wir haben uns das theoretische Rüstzeug angeeignet, um mit den Nazis diskutieren zu können. Und zugleich waren wir wehrhaft. Es blieb uns gar nichts anderes übrig. Bis 1936 haben wir gesungen, nie, nie wollen wir Waffen tragen, nie, nie wollen wir wieder Krieg. Heiß sollen die großen Herren selber sich erschlagen, wir machen einfach nicht mehr mit. Dann kamen die alten Genossen und sagten, der Hitler steht vor der Tür. Mit bewaffneten Diskussionen. Und ihr wollt euch nicht zur Wehr setzen? Es gab eine Riesendiskussion im Jugendverband. Und da haben wir beschlossen, wir machen Wehrerziehung, wir lernen schießen. Und wir lernen eine neue Kampfsportart, die die Nazis nicht mal vom Namen her kannten. Heu den alter Hut, damals das neueste, Chiojitsu. Trainierende Handkanten, Handkantenschläge. Und damit konnten wir uns gegen die Mehrheit der Nazis durchsetzen. Wenn zum Beispiel ein Jugendheim von uns eingeschlossen war, von nazistischen Schlägern und ihrem Umfeld, wie sollten wir die Gruppe in dem Jugendheim befreien mit defensiven Mitteln? Das ging nicht. Da mussten wir angreifen. Und wenn erst mal ihre Schläger außer Kraft gesetzt waren, dann wichen die anderen. Und wir konnten unsere Leute aus dem Jugendheim herausholen. Das passierte öfter. Die Erwachsenenorganisation der Sozialdemokraten, also der Sozialisten, die Rote Wehr, später Republikanische Wehr, war strikt auf Defensive eingestellt. Das war gut, wenn es die Volkshäuser zu verteidigen galt gegen den Angriff der Nazis. Das war gut bei Demonstrationen, wo die Rote Wehr am Anfang und am Schluss ging. Aber wenn, wie es einige Male passiert ist, ein Veranstaltungslokal auf einem kleinen Dorf eingekreist war von den Nazis, ein Teil unserer Leute war schon drin, der andere Teil wollte hinein zur Veranstaltung und konnte nicht. Da wurde unsere Pionierabteilung gerufen und da haben wir dafür gesorgt, dass der Ring um das Haus gesprengt wird. Und mit unserer Kampftaktik, mit unseren neuen Kampfsmethoden, war das möglich.